Herzlich Willi von meinem Weißhaus für uns neue Pläne. Mein Name ist Milena und ich habe mit dir Kohlero. Mein Reifen, Kohlero-Reifen ist 90 cm plus und ganz leicht. Es ist besser, wenn deine Reifen ein bisschen größer ist, vielleicht mehr als 90 cm. Das ist nicht normal, vielleicht zu verstrengen. Aber trotzdem, der Rest mit meinem Reifen. Was wird beginnen? Zu den Reifen tief in Reifen. Ein Reifen in die Hände. Das wird ein bisschen größer ist. Über ein Reifen. Und links. Rechts. Links. Sehen. Auch hier. Tief. Vor. Tief. Hoch. Vier. Mal oben. Zu den Tief. Heiden. Drei. Noch. Viele sich von bloß wohnen und auch zu kniven. Letzte zwei. Arme. Kopf. Ein, letztes. Ja. Drei. In den heilen und rechnen den Boden. Schulter an rechts drehen. Beide Schultern mit den Karten. Zurück. Zur Mitte. geht. Knie du Bord. Schulter nach links. Zurück. Und wir stehen rechts, drehen, zurück, mitten, links, drehen, und mitten, rechts, drehen, und rechts, drehen, und rechts, drehen. Und wir stehen rechts und links achtmal, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Zwei, eins, komm zur Mitte, Arme hoch, Schulter weiter tief, und einmal wieder tief, zehn. Ich hebe die Arme wieder, hoch, und tief, wieder hoch, tief, über Kopf, und runter. Vielen noch langsam, auf die Schulter achten, gerade halben. Zwei noch, letztes Mal, schneller, rechte umgebracht, und linke gebaut, beim Sehen, rechte und linke, rechte hoch, und link ist tief, wieder nacheinander, hoch und tief, Seite. Vier noch. Vier noch. Vier noch. Halte dich nicht weiter tief. Harte mit deinem Hulö Hup, so gerade, wie neue. Und drehe dich mit die eigene Asse, in deinem dugen nicht. Beide aufrecht, viermal noch, dreimal noch, zwei noch, und ein letztes Mal, komm zurück zur Mitte, sind die Arme, und lass deine hohe Beiden in jede Kante rechte Beide halten. Schieb den Rechte vor und zieh zurück, lass wieder vor und zieh zurück, komm, der Bauch nicht, schieb nur vor und wieder zurück, vor, vor, viermal noch, drei, zwei, aufschneiden, acht, eins, und und wechsel, schau weiter und festiv, zieh deine hohe Beide nach hinten, schau doch fast die Linie, schieb nur vor und wieder zurück, zieh, vor und zurück, vier, noch, drei, zwei, eins, und eins, zurück, zweit, letzte, lass deine Weife auf die beiden Seiten, fast heute die gleiche Stöhe gewinnen, drei, rechts und links, rechts und links. Verlangt gut sein, dann wieder gut hoch auf jeden, auch schon wieder weiter achten, gut Und ab das nur viermal. Noch. Und drei. Und zwei. Und eins. Letztes Mal. Und lass wieder deine Legung reich. Nur Fuß zurückgezieht. Step up. Set. 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 Und drei. Zwei. Drei. Step up. Set. 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 Mit drei. Eins. Zwei. Drei. Lantinha. Zu záil. Zu záil. Den. Sai. Normal. Zu záil. Den. Zwei. Den. Und acht. Zwei. Drei. Drei. E drei. Den. Zu záil. Zé beijing. Normal. Zwei. Drei. Zwei. und jetzt mal Drehen Moze 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 Säge 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 Und Rest Beats Hüte Beats Hüte 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 Nice to meet you. Wettbewerb. Hoppings. Nice. Hoppings. 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 Halt. Zur Seite. Nein. Vierer Pflanzen. Morgen. Drei noch. Zwei noch. Schneller. Vier. 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 you know. You know. Let's stay. Latte so in su name. Seine in. Following. Und zitsu. Forward. und zitsu. Vorенной. En till. He BBQ. Two. Zwei ר희. Leiden wir einen Wettbewerb zu machen? Nehm ich einen Wettbewerb zu machen? W ist das Wettbewerb? Wir machen ein Wettbewerb. Wettbewerb zu machen. Nein, wir sind schon nach dem Wettbewerb. Handeln wir sie auf, ihr habt ihr vor, ihr seid ihr könnt. Verstöschen wir sie wieder auf den Weg zu machen? Auf Wiedersehen. Ja, sicher nach. Wir machen die Wettbewerb. Zwei noch, zwei noch, eins, und komm zurück zur Linie, schließt die Beine zusammen, schließt die Stücke weiter und versuch den Arm vor den Schiff zu stützen. Lass deine Rechte Arm zur Seite, Rechte zwei zur Seite strecken. Zieh deine Hand hoch und schließt die Schildweite dicht, Knie weiter zu deinem Hand, vor, zurück, schließt die Schildweite dicht halten, noch einmal hoch. Reiche mich auf deinem Ring, der Leitung, zweimal noch, eins noch, und rechts, vor, schließt die Hand hoch und schließt die Hand hoch, schließt die Beine zur Seite, und vier vor, viermal noch, ihre Beine durch die Schildweite dicht halten, drei noch, zwei noch, und eins, los, die Beine zur Seite, schließt die Beine vor, und boien und stecken. Bein, stecken, noch bein, stecken, noch bein. Kniebeugen Daumen nach vorne Und längere Schuhe breiten die Beine vor die Strecke Und ganz auf der anderen Seite Ein letzteres Zwang Und schließt die Beine zur Zeit Lass dich gut locker breiten vor Und versuchte noch in eine Hand zu übergehen Leicht nach vorne Habe deine Fieber auf die österreichische Seite Greifen Wieder greifen Lass deine Hand zur Seite Hand zur Seite Und versuchte zu greifen Du kannst auf deine Hand gelenken Du kannst auf deine Hand Daumen ganz gut In deine Hand Und du zum Herzen zu stürmen Vier Drei Zwei Eins Greifen Und Beste Daumen ist sie Hand zur Seite Und Du kannst auf deine Hand 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 Versuch noch weiter zu greifen Vier Zwei noch Vier Drei Zwei Eins Lass Drei Dassel Ein Drei 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 Dissing, schneller. Vor. 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 Zusein. Zurück. Z Amazon. Strike. Vor. Stink. Zuerk. Strike. Four. Zeit. Zuerk. Wieder. Vor. Da schwing. Zuerk. Vor. Stink. Zuerk. 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 1, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 4, here, shift, shift, two, on top, on zwei, four, zwei, nine, one, zurück, zwei, noch einmal, four, five, zwei, nine, zwei, next day, four, zwei, zehn, zwei, das ist jetzt einmal, four, nine, four, machen ganz im Kreis, four, four, forward, forward, nach unten, in, aus, in, aus, in, aus, in, vier, noch, vier, drei, zwei, eins, 4 1 2 2 3 4 5 5 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 12 12 12 12 14 14 15 15 15 16 16 16 16 18 18 19 20 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 21 20 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 9 9 10 10 11 13 Und jetzt wieder auf eine Art Dreiung und du weißt du. Schmeck Dreiung jetzt gleich. Jetzt kommt wir drauf. Du hast gut. Lass dich wieder auf da. Bitte vor. Und nach vor. Vorwärts und wieder. Schneller. Vier. Drei. Zwei. Eins. Bässe. Vorwärts und wieder. Schneller. 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 Becken, wieder. Hecht kreisend. Becken, wieder. Becken, wieder. Vier. Vorwärts und wieder. Vier. Drei. Zwei. Eins. Schneller. Schneller. Vier. 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 und wieder vor und zurück, gewend ist vor zurück, macht kein Kreisgelenken, du sollst nur die Form zurückzulegen. Ganz stark bleiben, Hütteln gerne halten, aber kannst du vorhalten, kannst du zur Seite halten, aber nicht unten, weil du dann bleibst du sein. Weichgehalten, stoppen. Vier, drei, zwei, eins, stoppen und noch mal zurückgeheben. Wichtig ist, wenn man leicht direkt vorholt, auf deinen Hütteln zu halten, wenn du dir gehst. Und dann gut gerade halten, gut Fahnen zu bleiben. Versuch immer wieder Fahnen zu halten, wie du weiter gehst. Und daher schimmst du. Und schon, dass diese Hand weiter bleibt und hört, dass die Linie immer weiter gerade bleibt. Aber trotzdem zur Seite halten, du schimmst nur an. Und jetzt, wenn du diese Bewegung gut in die Linie, du schimmst hier, und lasst deine Hand weiter zur Seite. Da. Versuch, mein... Loslassen. Bewege dich hier nicht. Einmal nur. Lieber rein. Holocoppt dreht sich voll allein. Nicht hoch. Versuch, ein bisschen Schmuck. Für dein Holocoppt ist es weiter gerade dabei. Sonst wird es immer wieder eine solche Position nach oben oder nach oben. Versuch, beide gerade zu halten. Und gut schnell, gut schnell schicken. Versuch. Nur einmal loslassen. Auch wenn es fällt. Versuch, noch mal. Versuch, nur drei kreisen und stoppen. Und stoppen. Versuch, nur zu schwimmen und hüllen. Mach keinen Bedeutung ab. Und wieder. Wir kommen allein. Weiter. Und gleich bleiben. Versuch, nur weiter zu schwimmen. Spür, beide. Holocoppt. Es schwankt die Teilhänge. Es macht nicht die Frauen so gern. Es macht eine schwankte Teilhänge. Da kannst du immer wieder versuchen, nach oben eben nicht lang, bei der halten kannst. Immer wieder. Stoppen. Und wieder. Versuch, immer weiter diesen Spruch und die Teilhänge zu schieben. Auch mit deinem Bein ab. Nur um die Teilhänge zu schieben. Und schau, dass dein Kuhl oder Unwalt in diese gelade Linie bleibt. Und sieben weg. Und versuch, ein bisschen schwul zu gehen. Und von allein. Schieb. Ein. Ich würde mit dir einladen, meine Beine zusammen zu halten. Und wenn du das machst, versuch, nicht vor und zu gehen. Versuch, nicht vor und zu gehen. Versuch, nicht vor und zu gehen. Versuch, nicht zur Seite zu kommen. Sobald du zur Seite diesen kreishaften Held einbeinigst. Versuch, nur ganz steif aufrecht zu bleiben. Und kreis mit deinen Teig. Und wenn du dich vor und zu gehen. Ach, mein Gott. Schaust. Versuch, einmal nur deinen Reichen weiter zu stören. Bleib hier. Hau dir die Schmutzweite die Lenz gehen. Bewusst dir, wenn du die Arme zur Seite steckst, also einen Bekraft mehr, den Bekraft in deinem Körper. Und das unendliche Hüten nicht in die Bauch nach vorne, sondern wieder rücken. Beide nach hinten. Beide nach hinten. Beide nach hinten. Und zieh die Fahne. Stell dir vor, dass du ein größerer ist. Schmutz immer weiter die Gefahr. Und achtmal noch. Acht. Zwei. Sieben. Zwei. Pass sich nur wieder schocken und gehen weiter. Sechs wagen. Schwer sie weiter. Vier Vor dictate. Facher. Na hier. Mil bezogen. Vier angehen Schwer sie sicher. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 8. 15. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 13. 16. 15. 16. 16. 17. Nimm deine Reifung, du hast die Auge auf der Leerseite, Ellenbogen kommen drauf, du sehst, wenn es geht, deine Reifung auf deinen Nacken und versuchst, Ellenbogen nach außen zu halten. Du, die Schulter zu tiefes wird. Bleib in dieser Position, du, der Teil des Kullerhopp ist weiter auf deine Ohrschenglöseite oder die Nähe einer der Begrossitei. Kullerhopp, Schulter gut tief halten und deine Schulter nach rechts. Kullerhopp, Schulter, Foller Nach rechts, Mitte und links und auf der Böse, so lange bleiben, komm wieder zur Mitte und nach oben. Bei der ersten großen Spannung erwarten wir uns gerne zur Seite, Mitte, Dreh, letztes Mal, Dreh und Mitte. Nehmt wieder deinen Reifen, auf deinen Keil, schaut, dass dein Hohlo, du bist weitergegangen zu tun ist, schaut, dass deine Schulterfüße platzi auf deinen rechten Fuß vor, lege nach hinten und du mal kalten und lege diesen Hand ein bisschen nach zu deinen Keil und fühle weiter, versuche hier weiter, um eigentlich diesen ein bisschen kalten und weiter vor ihm zu diskutieren, immer weiter, diese leute Linie zu beteiligen. Versuche hier, vor und stopp. Nichts tun, nur spüren. Mach fast keinen Bewerbungen an deinen Reifen, leicht vor Ort, kommt immer weiter und die Keil. Wieder stopp. Dreimal blasen. Das ist die Rechte, wenn du den Bewerbungen ein bisschen schief lässt, versuche hier nicht zu bewegen und dann wird es wieder gut werden. Versuchen wir die Bewerbungen an der Frechung anbauen. 2-3-2-4-5-2-4-2-5-2,1-3-3-3-2-5-3-4-5-3-2-5. Versuch noch einmal ein, drei Legen. Versuch dich quasi nicht zu bewegen, bei der Reifen. Versuch noch einmal ein, nur zu spüren, zu gut fühlen. Immer weiter. Einmal noch. Versuch jetzt, gehe ich vor und zurück. Vor und zurück. Rechte, sie bereiten vor und zurück. Dabei wirst du vielleicht nie in die Zähne kommen, weil sie weg vom Boden gehen müssen. Dabei ist es schnell, aber sie bereiten vor und zurück. Deshalb wirst du nur vor und zurück zu bleiben. Mach keine Freistelle, und du wenigstens nicht mehr, sonst wie lange in deinem Urlaub von Dranken kann. Danke in einer schwierigen Position, um nicht zu bleiben zu sehen, aber keine große Grenzen. Wirst du nicht mehr vor, wenn dein Reifen so clean ist. Bleib gleich noch einmal. Versuch jetzt. Geh dich vor, zurück zu verloren. Vor, zurück. Wenn ein Schilder liegt, um so zu lehnen, schrug dich nur mit deinem Haar, dass es sich bei deinem Fall ausschiebt. Bis zur linke Seite. Oder immer weiter. 3, 4, 1, 4, 4, 4, 5, 5, reichen, reichen, gleiche, auf die Rücken. 2, und 1, schrug, vor. Passt du, die man wieder greifen, von wieder. Wir schrug, mit deinem Fall. Wir nehmen die BD-1, wenn du schaffst, ganz gut, mit deinem Fall. Schau mal. wenn du das vorzuhören. Da bin ich nicht zur Seite. Da bin ich immer weiter und gerade. Schuhe es ihm vor. Wenn du jetzt weiter schuhe, ich mache keinen Rennen mit dem BD-1, sondern wirklich ganz gerade. Schau mal, das was du gehörst, wenn du die BD-1 bist, ist es viel leichter, als positiv zu machen. Schuhe es in der Reifen kommt. Immer weiter und die Teilung, schraub deine Teilung, die BD-1, die Schrecken und alles, was man nicht auf die Teilung braucht. Wenn die Arme zur Seite sind, kannst du eine gute Karte halten. Dann sind die Schrecken auch die. Dann grüßen wir immer wieder gut, groß, nah. Und kannst du schon der richtige Spannkinder der Körper. Und dann kannst du vielleicht meistens sehen, gerade mit dem Druck nach dem Mundstück vorzuhören, die Hörer und vorzuhören. Und wieder weiter. Versuch, nein. Und vor Ort mit dem Kreuz, direkt auf die Beine zu halten. Und nicht zu tief. Versuch immer weiter da zu behalten. Schau, wo du eine Körbe eine Karte hast. T-Shirt ist es gut, wenn du eine Leitfrau bist. Je breit, du bist so schön, wie es ist, und dann nur mehr, wie es sich umgekehrt. Schau, es ist wirklich eine Leitfrau nur eingewacht, wenn du eine T-Shirt ist. Und versuch, immer weiter gut nach zu bleiben. Ein Tick und Tick, wenn du immer weiter schön einten kannst. Lass den Mauch rein, und eine T-Shirt ist rein. Auf der Haut halten sie den Hintern und den Kopf, die Leitfrau, die Leitfrau, die Leitfrau, und wenn es geht, muss ich immer weiter. Wieso denn, vorzuhören? Bein, vorzuhören, Ganz genau, nicht rein. So lange wird man durch die Leitfrau, die Leitfrau, die Leitfrau, ganz komisch. Zieh einfach ein bisschen ein, streck dich noch länger, halb dich noch länger, warte dein Reisler, Gesicht entsparen, und ganz auf der Hölle. Du ziehst dich noch mehr so länger, aber so glücklich, sie werden immer weiter ganz komisch, zumal. Der Rest spürt noch eine kleine, die schon breit. Schon breit dich. Ob er nicht richtig kann, immer weiter, bewusst aufnehmen. Das ist ja wichtig. Schau, die Leitfrau noch? Sicher. Ach. Immer bei Kindern bleiben, ich meine, dass also die Leitfrau, 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 und dann freut ihr aber nicht auf den Weg. Hohle, sie bezahlen noch? Schubels гдеquertiv und ein bisschen weiter allein. Versuch brämmen mit dem Weg und zu tribalem L in den Pull conditions, sei es recht, baseline Uponestar vor dem Hobinal gertremmen und passen zu ihr nicht ab. Du bist ständig überworden oder schuldig, wirst du grüßt das Feld gleichängen, und wieder die Teile weg." Geist das graphene in-Ne fic- ajudar. Luchzeile. Wir haben nicht mehr so viel. Wir sind auch. Schließt die Beine zusammen, während der Exerze 2 funktioniert. Dann hast du es schon gut auf deinem kleinen Platz. Aber dann versuche die Beine zusammen. Wir halten. Dann zeigen wir den Körper und den Körper. Auch den Knie im Kreis bewegen. Auch da müssen die Beine zusammenziehen. Wenn die Knie auseinander sind, dann ist das vielleicht wieder unmöglich. Aber vielleicht ist es, wenn es sich der Körper um einen kleinen Lebewesen belegt. Um einen kleinen Flächen, aber nicht in eine Beine. Bleiben wir noch. Was geschafft. Schau dir weiter. Zwei Lachen. Lüften gleich eins. Nein. Zieh dich länger. Halte dich schon etwas tiefer. Du hast es geschafft. Alles gut gemacht. Stocken. Set. Lass deinen Reifen vor. Lass uns zur Seite. Lass uns spüren. Und Seite zu sein. Und ich dich exist. Und links. Zu uns ganz hoch. Und gleich. Und rechts. Jetzt sind wir bei den Hüben. Das war also Backend-Hübenklüse man. Mache Kinder, die wir in die Vekord, die wir dabei haben. Und sie unseren Nachden. Und sie unsere Koff, wir unsere Koff. Und sie unsere Koff. Und sie unsere Koff. Und sie unsere Koff. Und sie unsere Koff. Und wir haben. Overfahren? Und wie versprochen sein, ich gebe immer Kulakopo den Knie, über den Knie, eigentlich nicht nur die Scheife, über den Knie, also losst du dich gleich vor, haltest du die Beine, pass auf dich weg und Kulakopi ist wieder auch hinter der Knie, und dann drehst du nur noch und bekommst du drei, die Knie zu überlegen. Bleib immer dein Daumen hochrecht, das ist wichtig bei der Knie, wenn du das schaffst, kannst du dringend die Beine, dann musst du die Beine schnell bewegen, weil du deine Beine nicht weg. Beine, acht noch, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, und stopp. Man kann noch bereiten auf den Ellenbogen, das zeige ich dir, aber für die Ellenbogen jetzt nur für einen Fragen, was kann man noch mit der Ellenbogen. Ich zeige dir eins, als du da kannst du vorlegen, wie mein Bekin, da kannst du auch mehr erreichen, auf der Oberarm bedenken, immer weiter auf der Oberarm. Schau, da bedenke ich meine Arme, ganz technologisch, fast nicht. Dann ist es wichtig, dass dein Arm immer weiter in der Geschichte der Linie ist. Dass dein Arm nicht zu tief ist, dann wird es immer weiter, funktioniert im Leib, aber wird immer schiefer und irgendwann wird zu schief sein, sich zu bedenken. Da kann man auch noch gerne, da kannst du nach vorne, da kannst du auch nach hinten bedenken, da kannst du in vielen Teilen deinen Brücken reichen, weiter kreisen. Ich zeige dir noch einmal mit zwei Reichen, da kannst du nur eine ganz simple Bedehung mit beiden Arbeiten machen, das tut immer weiter, das werden wir einmal ganz langsam machen. Da kannst du wirklich gut machen und dann auch in beide Arme gleichzeitig bedenken. Kannst du auf die Endloch und herzen auch unterschiedlich, aber das machen wir beim nächsten Training. Ich würde das Videos mitmachen, bleibt gesund, bleibt viel, macht beide mit und habt viel Spaß mit uns in der Online Training. Bis zum nächsten Mal.